Manipack 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 Waffelgamer Waffelgamer Sieht aus als hätten sie alles leergeräumt Ist du blind? Was haben wir denn hier? Sekunde kurz Dürfte nützlich sein Das will ich haben, du Arsch Der klau mir da meine Sachen Ich glaube es hakt Okay, gehen wir weiter Ja genau, du nimmst dir deine Zeit Was du haben willst, ne? Dann gehen wir weiter Wickeln Wickeln einfach mitgenommen Wickeln 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 Ja, denn Da ist auch leert, die Schweine. Warum haben sie die Cradle jetzt nicht mitgenommen? Nein, gut, die kriegen den Haufen, nein, aber da wird's nicht. Das wird das doch alles nicht überleben, oder? Hoffe ich zumindest. Doch! Weiter geht's! Hält dir keine Herde. Ich spüle dich gerade nicht. Wo ist die Erholz? Was hast du getan? Ich spüle dich immer wieder. vorher aus Wägel 2 Minipack Aha, wie ist Tolle? Ich muss mich dann bei Delgado bedanken, dass er uns einfach sitzen gelassen hat. Warte, den hab ich. Das Teil will ich haben. Wie konnte hier unten irgendjemand überleben? Na ja, du siehst da schon ein Boot oder die, oder? Geht der sich wieder neu so selber. Warum falle ich auch nie hoch? Du bist jetzt auf der Anstrengung wert! Ich will das alles haben. Vor allem seine Knarre, was er mir geklaut hat. Ich hab sie erst gesehen. Klebt das? Oh, den hab ich glüht. Den hab ich nicht glüht. Wenn wir schon den Müll durchführen, können wir uns auch was Schönes mitnehmen. Das ist sogar richtig. Das war wohl das Büro des Direktors. Das Büro liegt direkt neben der Schottel-Rampe. Wohl um schnell abhauen zu können. Clever. Hat ja ewig gedauert. Ach, da ist er wieder. Hast du eine Ahnung, wie lange ich gewartet habe? Hoffentlich habt ihr was gefunden. Ich bin es nämlich langsam leid, hier festzusitzen. Ich wusste es. Alle haben gesagt, ich wäre verrückt. Aber ich wusste, dass wir hier unten die Antworten finden. Und ich habe mir die richtige Hilfe gesucht. Hey, was soll das? Erzähl keinen Scheiß, Delgado. Ich habe sehr wohl geholfen. Mr. Smithes soll die Köl abhalten. Ich kümmere mich später um ihn. Klar. Jetzt müssen wir noch irgendwie von diesen Planeten runter. Ich habe nichts. Mal sehen. Ich sehe mir die Baupläne für das Schloss an. Und ich glaube, wir kriegen euch von da nicht zurück an die Oberfläche. Aber ich kann die Außentüren zur Shuttle-Rampe öffnen. Und ihr könnt mit einem der Shuttles da unten direkt zum Schlüssel fliegen. Gute Antwort. Du lernst schnell. Okay, mal sehen. Du lernst schnell. Shuttle-Rampe, aktiviert. Beginnt. Ja, volltreffer. Könnte aber eine Weile dauern, die Tür und Boden. Fantastisch gemacht, Neuling. Wir unterhalten uns auf dem Schloss. Warum zur Hölle hast du der Gardo angelogen? Du hast das nicht alles alleine gemacht. Doch. Ach komm, das ist doch echt nicht nötig. Du hast recht, vielleicht hätte ich mehr von der Denkarbeit übernehmen können. Aber hey, ich habe dir immerhin geholfen, diese Dinger zu erledigen, oder? Pass auf, diese Sache mit Lass uns der Gardo umlegen. Vergessen wir einfach, dass ich das gesagt habe, ja? Hm, hey, ich bin wohl deine Knarre. Verstehe. Die Schiene fährst du. Na ja. Und jetzt verschwinden wir endlich. Wobei, die dir da interessieren. Meister. Tüdelü. Ne, der passt nicht. Der passt auch nicht. Dann kann ich dich schonmal nicht hernehmen. Se, wieks. Aber der kann gehen, oder? Aufnehmen. Oh, wie geil. Geht die unten zwei. Die da, die da ist ein G. Ah, die brauche ich doch. Huh, die ist ein echt knifflig. Oh, wie geil. Ja, das war's. Sauber das gleich, Mann. Und da... Haben wir da noch mal an der Reihe? Nö. Geht auch nicht. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Die passen da unten, nö. Eisendrick. Oh, nö. 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 Wir haben halt einfach einen Platz nicht dafür. Klaust du schon wieder meine Sachen? Ja, das rast vielleicht sogar dringend nötig. Ich lade dich mal in den Raum. Er ist...